Die US-Fastfood-Kette McDonalds hat ihren Chef Steve Easterbrock wegen seiner Beziehung mit einer Mitarbeiterin ausgetauscht. Der Vorstand sei zu dem Schluss gekommen, dass Easterbrocks kürzlich eingegangene Beziehung mit einer Mitarbeiterin die Unternehmensregeln verletze und ein Zeichen von schlechtem Urteilsvermögen sei, teilte McDonalds mit. Mit sofortiger Wirkung wurde Chris Kamchinski, zuletzt Präsident von McDonalds USA, zu seinem Nachfolger ernannt. In einer E-Mail an die Mitarbeiter beschrieb Easterbrock sein persönliches Verhalten als einen Fehler. Angesichts der Werte des Unternehmens stimme ich mit dem Vorstand überein, dass es für mich an der Zeit ist, weiterzuziehen. Der Verwaltungsrat von McDonalds hatte nach einer Prüfung der Angelegenheit am Freitag für eine Absetzung Easterbrocks gestimmt. Weitere Angaben zu Easterbrocks Ausscheiden machte das Unternehmen nicht. So blieb unklar, ob er seinen Rücktritt selbst einreichte oder gekündigt wurde. Details seiner Abfindung sollen am Montag öffentlich werden. McDonalds hat weltweit rund 36.000 Schnellrestaurants. Die Restaurantkette hatte seine Investoren unter Easterbrocks Führung zuletzt aber eher enttäuscht. Im dritten Quartal war der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 2% auf 1,6 Milliarden Dollar gesunken.